Im Rundfunkstaatsvertrag heißt es, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zur Ausgewogenheit verpflichtet. Dazu gehören das Gebot einer fairen und unabhängigen Berichterstattung und die Verpflichtung zur Überparteilichkeit. Die Abbildung verschiedener Meinungen im Programm soll insgesamt ausgewogen sein. Diese Vorgaben gelten in besonderer Maße für Nachrichten oder politische Sendungen. Quelle ARD. Soweit die Theorie, aber wie sieht es in der Realität aus? In einem Tweet des Ersten Deutschen Fernsehens vom 1. Juli heißt es, Da ist doch einem ARD-Online-Redakteur die Wahrheit rausgerutscht. Wurde auch schnell wieder relativiert, aber zeigt die wahre Marsch Richtung des öffentlich-rechtlichen Staatsfunks. Dies wird auch deutlich, wenn man sich anschaut, wie oft Vertreter der größten Oppositionspartei im Bundestag in den letzten Monaten in politischen Sendungen der ARD vertreten waren. Dafür Zwangsgebühren zahlen? Nein. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.